Was ist der Filmbegeisterte hier im Kino in der Carre-Blanche-Reihe des Filmmuseums? Zuerst mal gar keine Filme mehr machte und dann plötzlich alle fünf Festivals gewann in den letzten 10, 15 Jahren. Von Cannes bis Berlin plötzlich waren die Rumänen mit ihrem Filmstil plötzlich Festivalgewinner. Wir zeigen heute einen Film, der Tod des Herrn Lazarasco, einen von Christy Puyiou. Einer der Köpfe, der führenden Köpfe dieser neuen Bewegung. Die einen Stil entwickelt haben, der bis dahin eigentlich so nicht kannte man. Ich würde ihn mal so als einen beteiligten Realismus nennen. Ganz besonders wichtig bei diesem Film ist, wie die Kamera arbeitet. Sie ist immer so beteiligt. Es hat einen unglaublichen direkten Realismus, der so in anderer Art und Weise nie gesehen habe. Man hat dieses Gefühl, wenn Sie heute Abend mit Herrn Lazarasco durch die Hospitäler von Bukarest fahren, dass man dort quasi in Real-Time mit ihnen partizipieren wird. Dieser Film spielt in einer Nacht. Auch das ist ein Phänomen in fast all diesen Filmen, dass sie eine sehr begrenzte Zeit haben. Und man hat dieses Gefühl, tatsächlich nicht nur 110 Minuten zu sehen, sondern acht Stunden mit diesem Mann zu verbringen. Man startet große Gefühle, man entwickelt große Gefühle und hofft, dass er es schafft. Ob er es schafft, das überlasse ich jetzt, diesem Film Ihnen zu erzählen. Viel Vergnügen in einem rumänischen Film, der viel zu selten in Deutschland gezeigt wird.